Aktien auf dem Allzeithoch jetzt in Bitcoin und Kryptowährungen umschichten. Ist es jetzt Zeit, den nächsten Rendite-Booster zu zünden? Wie würde das ausschauen? Wie schaut aktuell die Situation aus? Was würde für dich drin liegen, wenn du die Aktien umschichten würdest? All das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wie immer, das hier ist keine Finanzberatung. Ich gebe dir einfach mal meine persönliche Meinung mit. Zahlen, Daten, Fakten werde ich dir alles belegen. Starten wir also gleich in den ersten Punkt rein. Ich glaube, wenn du interessiert bist und sogar in Aktien auch investiert bist, dann hast du das sicherlich mitbekommen. Praktisch alle Aktienindizes sind auf dem All-Time-High. Sei es der Nasdaq, der S&P 500, amerikanische Indizes, der DAX in Deutschland. Überall sind die Aktien auf dem All-Time-High, auf dem Allzeithoch. Und wenn du mir zum Beispiel auch schon länger folgst, dann weisst du ja, unser Steckenpferd sind die Kryptowährungen. Und dann fragt man sich ja vielleicht, okay, wie gross ist überhaupt der Markt der Kryptowährungen? Wie gross ist Bitcoin im Verhältnis zum Aktienmarkt? Und hier wird dir zum Beispiel angezeigt, wie gross die Marktkapitalisierung von verschiedenen Assets ist. Auf Platz 1 jetzt hier Gold mit ungefähr 13,6 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung. Dann kommt auf Platz 2 Microsoft mit rund 3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung. Dicht gefolgt auf Platz 3 von Apple. Das heisst, hier sehen wir direkt die grossen Technologieaktien aus den USA. Nvidia, das soll ich sicherlich auch mitbekommen, ist ziemlich schnell nach vorne gekommen. Jetzt auf Platz 5 auch ungefähr knapp, ziemlich bald bei 2 Billionen. Je nachdem, wenn du das Video hier schaust, haben sie das auch bereits geknackt. Und dann kommt auf Platz 8 Silber und auf Platz 10 bereits Bitcoin mit 1 Billion US-Dollar knapp Marktkapitalisierung. Du siehst also, Bitcoin, die grösste Kryptowährung, ist ungefähr, ja, bald sind wir so gross wie Silber. Bisschen grösser als Berkshire Hathaway. Kennst du vielleicht, das ist das Unternehmen von Warren Buffett. Aber du siehst hier einfach mal den Vergleich der verschiedenen Assets, wie gross sie überhaupt sind. Und die Frage, ob du Gewinne umschichten sollst von den Aktien eben in die Kryptowährung, hängt auch damit zusammen, dass du vielleicht mitbekommen hast, dass wir seit Anfang dieses Jahres die Bitcoin-Spot-ETFs haben und diese natürlich auch an der Wall Street massiv viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und du siehst jetzt hier auch eingeblendet, wie sich diese ETF-Käufe auch über die letzten Tage und Wochen etabliert haben. Wir haben seit Beginn auf der linken Seite, 10.01.2024, da war der Start, haben wir sukzessive Käufe gesehen und jetzt, gegen Mitte, Ende Februar hin, sehen wir eine leichte Stagnation. Das siehst du oben rechts, dass eigentlich nicht mehr viel Bitcoin aktuell gekauft werden. Ich nehme dieses Video hier am 23. Februar auf, ein bisschen früher als es rauskommt. Das heisst hier, die Grafik kann sich natürlich wieder leicht angepasst haben, aber du siehst, wir haben momentan eine Verschnaufpause bei den ETFs. Und grundsätzlich sollte man ja eigentlich, wenn ein Asset auf dem All-Time-High ist, respektive Sesse gut gelaufen ist, auch Gewinne mitnehmen, weil wenn man Gewinne mitnimmt, ist man noch nie arm geworden. Klar, man könnte noch mehr rauspressen aus der Zitrone, aber das ist das falsche Mindset, kannst du direkt mal an dieser Stelle mitnehmen. Das heisst, aufgrund, dass die Aktien jetzt so heiss gelaufen sind, Gewinne zu realisieren und in einen Zukunftsmarkt zu investieren, könnte grundsätzlich eine spannende Idee sein. Die Frage ist ja, ist Bitcoin, sind die Kryptowellen überhaupt ein Zukunftsmarkt? Wo stehen wir da überhaupt? Und hier wird dir jetzt der Suchverlauf von den Google Trends angezeigt, weltweit über die letzten fünf Jahre. Das ist jetzt keine super akkurate Metrik, aber zeigt dir einfach die Nachfrage Richtung All-Time-High hin, dazu mal 2021, war massiv. Dann auch beim Crash und auch auf der unten rechten Seite siehst du den Peak, das war die Suchnachfrage, als die ETFs rausgekommen sind. Aber overall, also über die ganze Zeit, wenn du siehst, sind wir auf sehr, 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 sehr tiefem Niveau. Was die Suchanfrage zum Thema Bitcoin anbelangt. Das bedeutet, das merke ich auch in meinem Umfeld, ich bin ja sehr, sehr lange in diesem Markt schon unterwegs, dass die grosse Masse, die ist nicht da, obwohl die ETFs bereits so erfolgreich gestartet sind. Aber die breite Masse, die ist nicht da. Das heisst, ich vergleiche die Kryptowellen ähnlich wie bei den Aktien zur 2000er-Wende. Da kommt was Neues, ein neuer, spannender, junger Markt. Dazumal war es das Internet, heute sind es eben die Kryptowellen. Und wenn man dazumal natürlich auch früh in einem Markt dabei war und die Googles, die Amazons dazumal auch investiert hätte, ja, da muss ich dir nicht sagen, was dann mit deinem Vermögen passiert wäre. Wäre, hätte, hätte, wäre, würde und so weiter. Aber genau das möchte ich dir mitgeben. Wir sind jetzt früh dran bei den Kryptowellen. Du hast vielleicht schöne Gewinne mit den Aktien erzielt. Und einen Teil umzuschichten in einen Zukunftsmarkt ist definitiv eine Überlegung wert. Die Frage, die sich ja dann stellt ist, ist wirklich Bitcoin? Sind die Kryptowellen hier, um zu bleiben? Ist es wirklich dieser Zukunftsmarkt, was ich hier dir mitgebe? Sind wir wirklich noch früh dran? Weil ich höre immer wieder auch bei uns im Erstgespräch, wenn sich Leute bei uns melden, ja, das ist doch alles schon, der Zug ist abgefahren, Bitcoin ist bereits bei 50.000, ist doch alles viel zu teuer, ich bin viel zu spät. Und da möchte ich dir einfach mal einen Gedanken mitgeben, wie sich ein neuer Markt, eine neue Technologie auch etabliert. Da gibt es mehrere Phasen, die siehst du auch hier eingeblendet. Von, am Anfang sind einfach die Technologie-Enthusiasten dabei, das sind so zweieinhalb Prozent. Dann kommen die Visionäre, die frühzeitigen Anwender, die etwas testen, auch eine Technologie, früh dabei sind. Ich bin ja Ingenieur, ich kenne das sehr, sehr gut. Aus meiner Zeit auch noch, früh in Technologien dabei zu sein, habe ich immer gedacht, wow, das wird jetzt morgen direkt kommen. Nein, ich war dann teilweise Technologie-Enthusiast oder Visionär, sehr früh dabei. Und dann kommen die Pragmatiker, wenn man die Kluft überschreitet, kommen die Pragmatiker. Und dann haben wir ja die Hälfte erreicht vom sogenannten Mainstream von den Personen. Und wir sind jetzt genau in dieser Übergangsphase von der Kluft zu den Pragmatikern, bis dann irgendwann auch der Hinter- und Letzte, die Konservativen und die Skeptiker, auch noch investieren. Dann sind wir definitiv im Mainstream angekommen. Aber wir sind hier direkt in diesem Tipping-Point, nenne ich das, wo wir die Kluft zu den Pragmatikern überspringen. Die Pragmatiker sind ja eben die, die jetzt auch über die ETFs zum Beispiel in Bitcoin investieren. Das heisst, wir sind früh dran, wir sind jetzt in diesem Tipping-Point. Da kann man sich aber auch fragen, ja, warum sollte ich überhaupt einen Teil meines Vermögens umschichten von Aktien in die Kryptowährung? Gibt es da vielleicht einen positiven Nebeneffekt neben der Rendite? Und da kommt oftmals auch die Frage auf mit der Korrelation. Grundsätzlich, wenn man ein gut diversifiziertes Portfolio haben möchte, dann will man ja Assets in seinem Investmentkorb drin haben, die sich nicht genau gleich verhalten, nicht gleich korreliert sind, heisst das ein bisschen technisch ausgedrückt. Das bedeutet, wenn ein Asset sich genau gleich wie ein anderes bewegt, gleich nach oben, gleich nach unten, dann sind sie mit dem Korrelationsfaktor 1 beschrieben. Das heisst, die bewegen sich genau gleich. Wenn es Minus 1 wäre, dann würden die sich komplett gegenläufig verhalten. Und natürlich jetzt alles dazwischen, zwischen 1 und Minus 1, gibt dir eine Ahnung, ob ein Asset zum Beispiel eine Aktien oder ein Aktienindex korreliert mit zum Beispiel Rohstoff und Gold oder mit den Kryptowährungen. Und dafür habe ich dir jetzt hier diese Grafik mitgebracht, wo genau diese Korrelation darstellt. Was sehen wir hier? Auf der X-Achse haben wir verschiedene Assets von Bitcoin, Ether, S&P 500, Tesla, Apple, Amazon, also verschiedene Aktien, aber auch Gold, Silber, Platin, das heisst, Edelmetalle drin. Genau das gleiche auf der Y-Achse auch. Und wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, oben links TMC auf der X-Achse verglichen mit TMC auf der Y-Achse, logischerweise steht da 1 drin, weil da vergleicht man TMC mit TMC. Oder ein Feld nebenan, Bitcoin mit dem zweiten Feld auf der X-Achse, steht auch eine 1 drin, weil ja Bitcoin mit Bitcoin sich logischerweise gleich verhält. Und jetzt können wir einfach mal bei dieser Spalte bleiben, bei Bitcoin auf der X-Achse und vergleichen das mal mit zum Beispiel dem S&P 500, dann steht da die Zahl 0,64 drin, mit einer Einzelaktie Tesla 0,72 minus und Apple minus 0,26. Bleiben wir mal bei diesen Zahlen. Über die letzten 90 Tage hat sich Tesla und Apple eher gegenläufig, also minus korreliert verhalten wie Bitcoin. Das heisst, Bitcoin ist zum Beispiel gestiegen, Apple, Tesla eher in die Gegenrichtung gesunken. Der S&P 500 ist so mit 0,64, ja, so mittelkorreliert, sage ich jetzt mal, der hat sich nicht gleich bewegt wie Bitcoin. Und wenn du hier einfach mal das Gesamtbild anschaust, dann siehst du eher, dass Aktien, Einzelaktien, sogar auch die Rohstoffe wie Gold, Silber, Platin usw., die sind eher tief oder sogar negativ korreliert mit Bitcoin über die letzten 90 Tage. Das heisst, du hättest definitiv, wenn du einen Teil umgeschichtet, hättest in die Kryptowaren ein Asset noch drin gehabt, das sich anders verhält wie deine Aktien. Und genau das möchte man ja, wenn man ein breit diversifiziertes Portfolio haben möchte. Vereinfacht gesagt, geht es einer Asset-Klasse gut, geht es der anderen vielleicht schlecht, das gleicht sich aus, geht es der einen schlecht, geht es der anderen gut, gleicht sich auch aus und so hat man über die Zeit eine schöne, diversifizierte, gute, langfristige Rendite. Ist ein bisschen vereinfacht dargestellt, ich weiss, aber ich hoffe, du weisst, was ich meine. Und die Frage, die sich wahrscheinlich dir jetzt auch stellt, ja, was liegt dann auch renditetechnisch drin? Die Kryptowaren und Bitcoin, die schwanken ja so extrem im Kurs drin und da kann man sagen, ja, das ist aber auch gut, wenn man diesen Markt versteht, weil wenn ein Asset sich einfach nur immer gerade bewegt, kann man keine Rendite rausziehen, oder? Aber eben, es geht darum natürlich nicht kopflos einfach irgendwie jetzt Bitcoin zu kaufen oder so, sondern dieses Asset auch zu verstehen. Und hier wird dir zum Beispiel jetzt auch der historische Vergleich gezeigt zwischen Bitcoin, Gold, dem S&P 500 über die letzten fünf Jahre. Warum fünf Jahre? Ja, gute Spartechnologie, man möchte ja langfristig investieren und deshalb habe ich hier mal die fünf Jahre genommen und jeder kann natürlich sagen, ja, wow, 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 Mark, du nimmst jetzt hier einfach einen Ausblick, wo Bitcoin sehr, sehr gut dasteht, weil wenn du dir jetzt hier mal die Zahlen anschaust, dann hat Bitcoin über die letzten fünf Jahre, Februar 20 bis Februar 24, weil dann hat Bitcoin über die letzten vier Jahre, sorry, ich habe glaube ich vorhin fünf Jahre gesagt, aber von Februar 2020 bis 2024, ungefähr 500% Rendite an den Tag gelegt, Gold ungefähr 30%, der S&P 500 Aktienindex 75%, ja, alles schön gelaufen, aber Bitcoin natürlich massive Outperformance. Und wie gesagt, könntest du jetzt sagen, der Einwand ist auch berechtigt, Mark zeigt doch vom letzten All-Time-High hin die Rendite, ja, dann schaut es natürlich wieder anders aus, aber das ist genau der Punkt, du kannst immer einen Zeitabschnitt nehmen und dir die entsprechende Grafik rausziehen. Ist mir vollkommen klar, ich habe jetzt hier die positive Seite gezeigt, ja, ein bisschen optimierter, die jetzt hier den Fall gezeigt, aber mach dir dein eigenes Bild, was das mit dir macht jetzt, wenn du diese Zahlen hier siehst. Das heisst, um die Frage nochmal klar zu beantworten, Aktien auf dem All-Time-High macht es Sinn, in Bitcoin-Kryptowährungen umzuschichten. Aus meiner Sicht langfristig absolut sinnvoll, einfach auch um dein Portfolio weiterhin zu boosten. Ich sage immer wieder, die Kryptowährungen sind der Rendite-Booster, da musst du natürlich nicht All-In gehen, aber einen kleinen Anteil umzuschichten, wenn du jetzt mit den Aktien auf dem All-Time-High bist, in die Kryptowährung, das macht aus meiner Sicht absolut Sinn, weil diese Investment-Klasse, die Kryptowährung, die wird nicht mehr verschwinden, die ist da, um zu bleiben. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, was steckt denn genau hinter den Kryptowährungen, dann hol dir doch jetzt unseren Finanz-Booster, Link ist unterhalb von diesem Beitrag verlinkt, auch in den Kommentaren, schau dir das mal an, hol dir den Finanz-Booster, da kriegst du innerhalb von zwei Stunden, komprimiert, sehr schnell, seriös, auf den Punkt, eine sehr, sehr gute Übersicht, um was es geht, was auch renditetechnisch für dich drin liegt, dank den Kryptowährungen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.